Clever und 100% funktionssicher, die 2K-Technologie von Motip Dupli. Vom Profi für den Profi. Hier zeigen wir Ihnen, wie das innovative 2K-System von Motip Dupli funktioniert und warum die Technik marktführend ist. Eine Kartusche aus weichem Aluminium wird in den Dosenboden einer speziellen Weißblechdose eingesetzt und mit einem auf das Endprodukt abgestimmten spezifischen Härter befüllt. Das auf dem Stift befindliche Messer zum Durchtrennen der inneren Kartusche wird eingesetzt und die Kartusche dicht mit dem Dosenboden verschlossen. Nun folgt der Abfüllvorgang wie bei einkomponentigen Lack-Aerosoldosen. Zunächst kommen zwei Mischerkugeln aus Metall zum Aufschütteln des Lackes in die Dose. Danach wird der Lack gemäß dem jeweiligen Produkt entsprechenden Mischungsverhältnis abgefüllt und mit darauf abgestimmter Menge Verdünnung ergänzt. Das Ventil, verbunden mit dem Steigrohr, wird aufgesetzt und fest mit dem Dosendom verklinscht. Jetzt ist die Dose dicht verschlossen. Damit der Lack aus der Dose ausgesprüht werden kann, setzt man die Dose unter Druck. Das Begasen mit Treibmittel erfolgt anschließend durch das Ventil. Die 2K-Dosen erhalten einen speziell auf das jeweilige Produkt abgestimmten Sprühkopf. Dies kann ein variabler oder, wie hier gezeigt, ein Breitstrahl-Sprühkopf sein. Zur Kommunikation des jeweiligen Farbtones, zur Anbruchsicherung und zum Schutz der Ventiltechnik wird die 2K-Dose mit einer Kappe versehen. Was jetzt noch fehlt, ist die Vorrichtung zur Aktivierung der Dose, die auf dem Dosenboden angebracht ist. Geschützt in einem Kunststoffdeckel wird der Auslösering für die 2K-Technik verstaut und am Dosenboden fixiert. Um die Aktivierung der 2K-Technik durch den Anwender auszulösen, wird der Auslösering in die Öffnung des aus dem Dosenboden ragenden Stifts eingeführt. Mit einem kräftigen und gleichmäßigen Zug den Stift nach unten ziehen. Dabei durchtrennt das Messer im Inneren der kleinen Dose die weiche Wand der Aluminiumkartusche. Nun einmal mit dem Ring den Stift komplett um 360 Grad drehen. Die Kartusche wird dadurch vollständig abgetrennt und somit können sich Härter und Stammlack vollständig im richtigen Mischungsverhältnis vermengen. Um diesen Mischvorgang der 2Komponenten zu optimieren, muss die Dose nun gründlich geschüttelt werden. Abhängig vom jeweiligen 2K-Produkt ist nach einigen Minuten Reaktionszeit der hochwirksame Inhalt einsatzbereit. Kappe abnehmen und los geht's! Die innovative 2K-Sprühdosentechnologie von Motip Dubli. Das einzige System mit 100%iger Funktionsgarantie.